Hallo Kinder! Hallo Draco! Was wollt ihr? Livestream! Oh, das könnt ihr haben. Heute nämlich um exakt 19 Uhr habt ihr einen Livestream von mir, von Draco. Da unten seht ihr den Link Twitch.tv Draco. Also wie sehr der Mietzrichter sich freut, freue ich mich auch. Denn heute streamen wir mal ein bisschen Spiele. Am Anfang etwas Spelunky und dann gucken wir mal, was sich denn noch ergibt, was ihr denn gerne wollt. Ansonsten Link ist in der Beschreibung, könnt ihr mir gerne schon folgen oder ihr folgt im Stream und habt die Twitch-Alerts, was euch da sagt, so Hallo, ich folge jetzt. Ich spiele verschiedene Spiele, also ich kann euch dann Vorschläge geben und so weiter. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Ansonsten Tschüss! Wir sehen uns im Livestream.